Man muss auch verdammt viele Bücher lesen. Wie war das in Witcher 3 gelöst eigentlich? Man konnte von Anfang an alles sammeln, ne? Der wusste alles. Der wusste einfach alles. Der kannte sich aus, der Typ. Der Mann, der hatte was im Kopf. Der kannte sich aus, der Typ. So, Stadtbewohner. Ähm, ich brauche Fistech. Fistech von den Salamandra. Die Salamandra sind allerdings nicht da. Es ist momentan 20.30 Uhr. Der Ort ist sicher. Schade, ich brauche einen unsicheren Ort. Wer ist Pechschwarz? Grüß Gott, Herr. Grüß Gott. Wer bist du? Ein Schuss? Schau dir das Schuss aus deinen Schrauben für nur zwei Orangen. Äh, ja. Okay. Äh, kann man so sagen. Okay, ähm, wir haben da so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 der Pestbanditen, aber nicht die gewöhnlichen Salamandra. Ich bin interessiert in Banditen, aber nicht der ordentliche Kind. Irgendwas, äh, öh, 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 öh. Okay, also nachts über, also nachts finden wir quasi Salamandra-Typen, was ich jetzt eher eigentlich schon gedacht habe. Aber, ähm, Arbeit für Hexer brauche ich jetzt nicht unbedingt, äh, danke. Danke für die Polis. Schöne deinen Schuhen. Hm, nein. Ich, äh, bin ehrlich gesagt jetzt glücklich mit meinen Schuhen. So. Dann werde ich mich jetzt da runterbegeben und hoffen, dass Salamandra da unten jetzt irgendwie auftauchen irgendwann mal. Äh, es ist aber noch zu früh dafür, habe ich das Gefühl. Aber da unten ist eh ein Feuer. Da unten ist eh ein Feuer, da kann ich eh meditieren. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hinten müsste irgendwo ein Feuer sein. Äh, da ist ein Feuer. So, erst mal anignien. Ja, ich weiß es. Ich will es anignien. Ich kann es nicht anignien, weil ich nicht kämpfen kann hier. Kein Kampf. Ich kann in Wüse immer nicht kämpfen, das heißt, ich kann kein Feuer anmachen. Das heißt, ich muss jetzt wieder reingehen und da drinnen wieder, äh, schlafen oder wie. Das ist ja mistig. Äh, Lagerhaustür. Sind da vielleicht noch, äh, irgendwelche Salamandras drin? Nö. Auf gar keinen Fall. So. Na dann laufen wir einfach mal alte, arme Frau. Äh, alte, arme Frau. Dann laufe ich jetzt, wo laufe ich jetzt hin? 21 Uhr. Gefährlicher Ort. Okay. Gut, ich bin hier. Wo ist die Salamandra? Jetzt ist es nachts. Jetzt kann ich etwas anignien. So. Ich habe es angeigniet. Und ich würde sagen, ich, äh, meditiere einfach mal für eine Stunde. So, jetzt haben wir eine Stunde meditiert. Und immer noch keine Salamandra. Ich schaue mal da rein. Vielleicht ist da drinnen jetzt Salamandra irgendwo, aber ich glaube fast nicht. Sendboote. Wie heißt denn Sendboote? Willkommen, Traveller. Ich höre Sie bei Jewelry. Was, wenn ich das mache? Äh, 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 äh. So, äh, und zwar Wetzt trinken? Bitte was? Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Links klickt während des Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Starke Vorlieben, äh, Aussehung und Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet nicht auf die Besinnung. Okay. Äh, hier. Vielleicht sollte ich gehen. Okay, das, äh, kannst du machen. Okay. Der will das nicht. Okay, das da. Was ist das denn? Ach so, betrunken, ne? Redanisches Lagerbier. Der redet aber nichts. Redet er jetzt mit uns? Der redet mit uns. Äh, aber den noch. Okay, ähm, 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 hier, äh, da, 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 da. Ähm, ähm, ich könnte streiten. Ähm, 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 ja. 100 Orans. Tell me, wer für Salamander-Badden betrifft. Shalwarf. Shalwarf. Nein? Shalwarf. Ich kaufe etwas leckeres Potenzial. Findere Kunden und wunderschöne. Wie, wie. Nicht wie Muggi. Muggi? Betamann. Geh, was, was du machen kannst. Simpel. Kann ich mit dem Lautenspieler sprechen? Ich liebe diesen Tunen. Das, äh, kannst du gerne machen. Aber irgendwie... Konrad. Wer ist Konrad? Na komm. Ein bisschen schneller könntest du aber schon gehen, Gerald. Auch getrunken kann man schneller gehen. Till tomorrow. Wer ist Konrad? Verdammt. Verdammt. Oh, how can they drink this? What is it anyway? I suppose it's wine. Wine? Couldn't pass for wine's stepbrother. So, what is it? Ugh, deluded dog's piss. Thus, I come here rarely. I thought this was the only tavern around. I live in the trade quarter, but the inns there are closed. Wanna earn some coin? Ja? You mentioned you might have a job for me. Care to elaborate? I know where to find fine spirit, but it requires a sword to get it. You need a warrior to have a drink? I know a place with hundred year old wine from Toussaint. What's the catch? The wine cellar is in a house where monsters now haunt. Äh, nein. Nein, tut mir leid. Für weinen muss ich mich nicht unbedingt jetzt hier so in, äh... Ich mixe mich in jemanden. Äh... Ja, das solltest du. Definitiv. So. Hallo. Fanzig ein Essen? Oder hast du noch eine andere Reise, um zu kommen? Was andere Reise? Es gibt ein entschuldiges Bett. Was wird es? Ähm, ja. Was passiert hier, was hier interessiert? Okay, äh, gehen wir nach hinten. Let's go out back. Ich war gesting. Mein Mann würde mich auf meine Hände, wenn ich mit dir ging. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein. Er hat mich so schlecht verletzt, dass ich eine Zutte auspüriere. Okay, tschüss. Probieren kann man es ja mal, ne? So, der Geralt hier in Witcher 1 ist bei mir jetzt irgendwie ein sehr, sehr, ähm... Naja, ein sehr, sehr... Lust... Habender Lustmolch. Oder so. Ich weiß es nicht. So. Gibt es jetzt hier Salamandra irgendwo oder nicht? Ich, 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 ich will Salamandra haben. Ähm... Ja, schön. Äh, hier. Ähm, 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 da. Hier. Das verfolgen wir bitte. Anderling-Viertel. Stimmt. Im Anderling- Im Anderling-Viertel wurde mir das angezeigt. Aber ich... Hab da nie jemanden gefunden. Ja, die stirbt. Ist mir egal. Stirb leise. Ähm... Ja, das hab ich gerade wirklich gesagt. So. Ähm, da nach hinten. Und dort nach hinten begeben wir uns. Und dann, äh, würde ich sagen, da gerade hoch und dann links. Und dann sind wir auch schon im Anderling-Viertel. Ich brauche es... Ich brauche nur ein paar Salamandra-Typen. Die haben nämlich Fistech bei sich. Mehr will ich gar nicht. Zwerg. Ist der Zwerg vielleicht der Salamandra-Typ? Der Basilisk ist tot und weg. Es ist klar, du bist nicht mitgebracht. Das ist richtig. Ähm... Ich will doch nur Salamandras töten. Ja, toll. Ich kann keine Salamandra töten. Warum kann ich keine Salamandra töten? Ähm... Warum gibt es hier keine Salamandra? Mann! Salamandra! Hahaha! Toll. Da ist eine Tür. Vielleicht kann ich durch ein Haus gehen. Von vorne in ein Haus rein und von hinten wieder raus. So sieht's aus. Es ist ein Graus. Wie ich reimen tue, weil... Blinde Kuh. Oder hier? Hier vielleicht. Nö, aber das ist definitiv da drüben. Da ist aber auch kein Salamandra drin in dem Innenhof. Oder? Nein, das ist der Zwerg. Okay. Alter, ich brauche Salamandra. Ich brauche Salamandra. Ich brauche Salamandra. Aber vielleicht sollte ich Vincent fragen. Oder müsste ich wieder meditieren bis nachts. Ja, bis tagsüber. Jetzt habe ich extra gewartet, dass es nachts wird. Und jetzt kann ich wieder warten, bis es tags wird. Das ist irgendwie uncool. Wenn man das wenigstens auch irgendwo kaufen könnte. Das wäre doch... Das wäre... So eine Ausweichmöglichkeit. Weißt du? So eine Ausweichmöglichkeit wäre halt interessant. Aber wenn ich das nur von den Salamandra-Typen kriege... Es gab eine Ausweichmöglichkeit. Aber das Spiel hat gesagt, nö, der stirbt jetzt. Und der ist Teil der Story, dass der stirbt. Und ja. Uncool. Meiner Meinung nach. Friedhofstor. Ist aber auch geschlossen, ne? Ich kann nicht auf den Friedhof. Abgeschlossen. Mist. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ehrlich gesagt mache ich jetzt erstmal gleich ein Päuschen. Ja, ich mache jetzt erstmal ganz kurzes Päuschen. Ich muss nämlich mal ganz kurz wohin. Und mache einen ganz kleinen Cut. Euch fällt gar nicht auf, dass ich weg bin. Und wir sehen uns gleich wieder. Moment. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe einen ganz kleinen Cut gesetzt. Habe ich ja erzählt. Gerade vor einem Moment noch. Ähm. Ja, ich brauche Salamandra-Typen. Und ich brauche die jetzt. Ich will da jetzt Salamandra-Typen haben. Es ist 22.30 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie oder wann oder wo diese Typen erscheinen sollen. Ja, der Mickrege-Sold ist das nicht wert. Das ist wunderschön. Aber da hinten sollen Salamandra-Typen sein. Und da sind einfach keine Salamandra-Typen. Warum sind da keine Salamandra-Typen? Salamandra-Typen erscheint. Salamandra! Salamandra! Ja, natürlich mit dem Silberschwert auf die, auf die Salamandra losgehen. So. Achso, ich muss also selbst einen Kampf anzetteln. So einfach kann das gehen. Wahrscheinlich muss ich mich einfach nur als Hexer zu erkennen geben, damit die mich angreifen. Das glaube ich nicht. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Laden. Gut, dass ich gespeichert habe gerade. In der ganz kurzen Pause, die ich gemacht habe. Habe ich gespeichert? Habe ich gut gemacht. Äh, so. Bin ich angeschlagen? Nö, ich habe einfach nur schlecht gekämpft. Gut. Gut zu wissen. Schnüffel. Ich habe noch nie einen Hund erlebt, der Schnüffel sagt. Außerdem hört sich das eher an wie ein Hecheln. Hallo, ich will da jetzt hin. Die Hausecke war im Weg. So. Ich gehe da eins einfach mal hin. Ah, die kommen einfach so. So. Kann ich da jetzt irgendwie irgendjemanden angreifen? so. So. Moment. Ähm, wann war das dieserjenige? Jetzt haben wir den noch irgendwie dabei. Moment. 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 Ganz kleinen Augenblick. So. Ich will aber nicht aufhören. So. Haben wir da jetzt Salamandra? Yo. Oder? Nö. Fistech. Fistech. Jo. Ähm. Fistech. Danke. Hundetalg nehme ich auch mit. Feuerstein brauche ich nicht unbedingt. Schleifstein. Ähm. Das ist nicht dauerhaft, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So. Überreste. Hier noch ein bisschen Fistech. Eine Salamanderbrosche. Das nehme ich auch mit. Dankeschön. Ähm. Nett von euch, dass ihr mir das alles so bereitwillig gebracht habt. So. Aber wer jetzt genau für die Salamanderbroschen zahlt, ist immer noch nicht klar, ne? So. Ich stecke erstmal das Schwert weg, Hexer. So. Und jetzt... Muss ich ja zu Jethro. Fistech für Jethro. Sehr gut. Okay. Das ist automatisch umgesprungen. Diese technische Innovation in The Witcher 1 überzeugt mich jetzt schon. So. Und da vorne jetzt links abgebogen. Ein geheimnisvoller Mann. Du hast mich nicht gesehen. Nicht. Du hast mich nicht gesehen. Nicht. Talas Haus. Tala, da steht ein Mann vor deinem Haus. Tala. 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 Da steht ein Mann vor deinem Haus. Tala. Da steht ein Mann vor deinem Haus. Tala. Ich finde dich später. Tala. 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 Ja, Gesundheit. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, ein bisschen, ein bisschen, wo ist es denn? Ich habe das mitgenommen. Da ist es. Hier, tschüss. Gut, aber schmier dir das bitte nicht vor meinen Augen dahin. Ähm, ne, 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 hier. Sag mir über den Salamandra-Präsidenten. Aber... Ich weiß gar nichts. Wo ist er? Ah-ha. Okay. Vielleicht, aber nicht heute. Okay, tschüss. Tschüss. Okay. Im Krankenhaus wird er also festgehalten. Das heißt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Das ist eh gleich da vorne. Da muss ich nur einmal quer durch den Garten. Und wahrscheinlich greift mich dann wieder irgendwas an. Ähm. So ein Berberrohr. Habe ich das schon gepflückt irgendwann mal? Habe ich schon, tatsache. So ein Ding habe ich schon, ja. Ähm, ähm, egal. Ich gehe jetzt trotzdem... Komm. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus rein. Ich darf da eh rein. Ich habe dem Typen schon meinen Ring gezeigt. Ähm. Nicht genug Spiel für das. Aha. Interessant. Keine Passage. Ich gehe rein. Krankheitspatienten rein. Ich werde dir nicht die Pestilenz verbreiten. Ja, aber ich habe dir den Ring doch schon mal gezeigt. So. Darf ich da jetzt rein oder nicht? Okay. Ich darf da nicht rein. Ähm, ein Orange Mord treffen. Ich glaube nicht, dass der bestechlich ist. Das heißt, ich muss da jetzt mit Shani irgendwie rein. Aber Shani... ...redet ja nicht mehr mit mir. Zumindest nicht über irgendwelche relevanten Themen. Denke ich. Ist die jetzt zu Hause? Schläft die gerade? Ich hoffe. Ich hoffe, dass die jetzt zu Hause ist, weil sonst habe ich gerade keine Chance ins Krankenhaus zu kommen. Ach nö. Ach komm, bitte. Wer programmiert denn so eine... Ja, halt die Klappe. Dafür musst du jetzt extra erst mal rankommen. Dann ist ein kleiner schwarzer Ladescreen und dann redet die erst mit mir. Shani. Ja? Geliebte, rothaarige, feurige, äh... Shani. Geliebte. Ich wollte, zu sprechen. Ja. Ähm, ähm, ja. Was ist es? Manchmal träume ich... Ich bin sorry. Aber das ist es. Es ist es. Danke. Ich will eigentlich ins Krankenhaus. Ich will eigentlich ins Krankenhaus. Und ich soll sie ja auch besuchen kommen, aber irgendwie... Hm. Ich muss ins Krankenhaus. Ähm, Quests. Ja, im Krankenhaus. Das ist mir bewusst. Oh, ich stehe nur jetzt. Haben wir da vielleicht noch einen anderen Eingang? Mit einer anderen Wache, die möglicherweise mehr beeindruckt ist von dem Ring, den ich trage? Ich glaube nicht. Oh, ich呢. Auch an. Schütte. Schüchte. Schütte. 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 Vielen Dank.